Das war nur ein Pseudonym, eigentlich hieß der Mann Charles Ludwig Dodgson. Ich hätte mir auch ein Pseudonym geholt. Groß werden und dabei klein bleiben ist harte Arbeit, insbesondere in einer Welt, in der alles so anders ist. Mit dabei sind Alice, ein Mädchen im schulfähigen Alter. Sie ist ziemlich clever und selbstständig, läuft aber unvorsichtigerweise fremden weißen Kaninchen wie diesem hier nach. Dieses weiße Kaninchen ist ein ständig gestresster Angestellter der Herzkönigin. Die macht ihrem Namen leider überhaupt keine Ehre, sondern behandelt ihre Untertanen wie den verrückten Hutmacher echt fies. Auch der Merzhase ist ein Untertan von ihr. Definitiv kein Untertan von ihr ist die Grinsekatze, denn die ist eine Katze und Katzen sind unabhängig. Die ist so unabhängig, dass ihr Grinsen auch ohne sie existieren kann. Natürlich gibt es noch einige andere verrückte Figuren. Lewis Carroll war erstens mathematisch hochbegabt und zweitens sehr schüchtern. Deswegen entschloss er sich, Mathematiker in Oxford zu werden, was bekanntermaßen die beste Möglichkeit ist, der Wirklichkeit ein für alle Mal aus dem Weg zu gehen. Und es ist schon auch so eine Art Wunderland, muss man sagen. Naja, los geht's an einem sonnigen Nachmittag an einem Fluss, wo die Schwester von Alice ein Buch liest. Buch böse, das ist alles so langweilig. Huch, ein weißes Kaninchen. Denn da huscht ein weißes Kaninchen vorbei, verschwindet plopp in einem Kaninchenbau. Und Alice so hinterher, plopp, verschwindet sie auch in dem Kaninchenbau und stürzt runter, runter, runter. Sie kommt nach einer sanften Laublandung in einem Saal an. Hä, die Türen sind ja alle verschlossen. Oh, ein ganz kleiner goldener Schlüssel und eine ganz kleine Tür. Und sie schließt die Tür auf, guckt durch und sagt, Bonn-Garten, da will ich hin, aber ich bin zu groß. Plötzlich sieht sie eine Flasche. Was, trink mich? Naja, steht ja nicht Gift drauf. Also, gluck, gluck, gluck. Oh, Senfkirsche, Ananas, Pute, Toffee, Toastgeschmack. Und bang, wird sie total mini. Oh, jetzt passe ich durch die Tür. Nein, ich bin zu klein, um an den Schlüssel auf den Tisch zu kommen. Plötzlich liegt da ein Kuchen. Der war doch vorher noch nicht da. Isst mich? Na, warum denn nicht? Steht ja nicht Gift drauf. Mampf, Mampf. Und sie wird riesig groß. Sie weint, dass sie ihre Füße nicht mehr sehen kann und verursacht so eine Überschwemmung. Das Kaninchen hastet vorbei. Nein, Fächer und Handschuhe für die Herzogin. Oh, der hat ein Fächer fallen lassen. Alice liest den Fächer auf. Und sie schrumpft plötzlich wieder auf SPD-Größe zusammen. Nein, ich ertrinke in meinem eigenen Tränensee. Da kommt eine Maus vorbeigeschwommen. Und Alice so, Herr Maus, wo geht's hier raus? Ich bin nass wie eine Katze. Und der so, Katze. Nein, ich wollte nur sagen, ich bin sehr nass. Na, dann erzähle ich dir was Trockenes. Und zwar nicht nur Alice, sondern auch einer aus unerfindlichen Gründen versammelten Schar von Vögeln und anderen Tieren. Und er erzählt was über englische Geschichte. Boah, das ist nicht nur trocken, sondern auch total langweilig. Wir machen ein Kaukusrennen. Was ist denn ein Kaukusrennen? Alle rennen hinter allen her. Los geht's. Und alle rennen hinter allen her. So, jetzt sind wir trocken. Kann ich dann jetzt vielleicht meine traurige Geschichte erzählen? Du passt überhaupt nicht auf. Na, ich kaufe ja auch nicht die Katze im Sack. Ah, Katze. Und weg ist die Maus. Und Alice so, also meine Katze Dina, würde den ganz schnell zurückholen. Das finden aber die Vögel auch nicht so lustig und verduften. Und das weiße Kaninchen kommt wieder. Der Fächer und die Handschuhe von der Herzogin. Wo sind die denn? Und plötzlich verschwindet der Saal. Und Alice so, wo ist denn der Saal hin? Ach, ich geh mal hinter dem Kaninchen her. Vielleicht kann ich denen ja mit dem Fächer und den Handschuhen helfen. Sie geht ins Haus des Kaninchens, findet Fächer und Handschuhe in einem Schlafzimmer und eine kleine Flasche. Oh, trink mich. Na, immer doch. Her damit. Sie trinkt wieder und wird wieder riesengroß. Und das Kaninchen und andere Tiere betrachten sie jetzt quasi als so ein Monster, bewerfen sie mit Steinen. Aua, oh, das sind ja Kuchen. Mampf, mampf. Und sie wird wieder kleiner, kommt aus dem Haus raus. Allerdings entkommt sie gerade so einem Welpen. Ach, Pipikram, da muss man einfach ein Stöckchen werfen. Dann steht sie vor einer Raupe mit Pilz und auf Dope. Äh, eine Raupe auf einem Pilz mit Dope, also einer Wasserpfeife in der Hand. Und die Raupe so, wer bist du? Äh, ich bin, weiß ich nicht, sehr verändert bin ich. Verstehst du? Nein. Äh, aber wer bist du denn? Wieso? Ich weiß auch nicht. Also sogar meine Kinderreime sind hier total wunderlich verändert. Alle meine Kakerlaken trempen im Coupé, trinken mit einem Priester, tanzen mit einer Fee. Das stimmt doch alles nicht. Ja, und meine Größe stimmt auch alles nicht. Wie groß möchtest du denn sein? Nein, also fünf Zentimeter sind ein bisschen klein. Fünf Zentimeter sind eine ganz hervorragende Größe. Und beleidigt, dampft die Raupe ab, sagt aber über ihre Schulter, die eine Seite macht größer, die andere kleiner. Von was denn? Aber Alice findet schnell heraus, dass er den Pilz gemeint hat, auf dem er gesessen hat. Sie bricht von beiden Seiten des Pilzes ein Stückchen ab und wächst mal wieder. Oh, super, aua! Scheiß Taube hier, hier. Reicht es nicht, eine Taube zu sein? Muss auch noch eine Blinde sein? Nein, die hat sie nämlich angegriffen. Dann kommt sie zum Haus der Herzogin, nachdem sie sich wieder ein bisschen klein geschrumpft hat und geht einfach mal in die Küche, wo sie Zeuge einer ungewöhnlichen Szene wird. Eine Köchin ist damit beschäftigt, die Suppe total zu verpfeffern und schmeißt alles mit Pfeffer voll. Die Herzogin misshandelt ein Kind, das sie auf dem Arm hat und dann sitzt da auch noch so eine grinsende Katze in der Ecke. Und Alice so, Hatschi, wieso grinst denn die Katze? Weil es eine Grinsekatze ist. Und sie wird Zeuge von häuslicher Gewalt, nämlich völlig unvermittelt, wirft die Köchin mit allen möglichen Haushaltsgegenständen nach der Herzogin. Die kann sich gerade noch so wegducken. Und Alice so, ich nehme das Kind, ich nehme das Kind. Ja, super, ich muss sowieso noch Crocket mit der Königin spielen. Und Alice geht nach draußen mit dem Kind, aber kaum hat sie es auf dem Arm, macht es oink oink und ist ein Schweinchen und rennt weg. Und Alice so, das Kind hat sich in ein Schwein verwandelt. Das ist auch besser so, das wäre ein ganz hässliches Kind geworden. Und wo soll ich jetzt hin? Das kommt drauf an, wo du hin willst. Da hinten wohnt der Hutmacher und da der Merzhase. Und die Katze verschwindet, nur ihr Grinsen bleibt noch eine kleine Weile da und ist dann auch weg. Und Alice geht zum Merzhasen. Vor dessen Haus findet sich eine Tee-Tafel, eine ziemlich lange Tee-Tafel, wo der Merzhase und der Hutmacher und ein Siebenschläfer dran sitzt. Der Siebenschläfer wird von ihm hier gespielt, der muss aber sowieso nichts sagen, der dient nur als Ablage. Alice setzt sich einfach mal dazu und der Merzhase so, na, wein, ich sehe keinen, ist auch keiner da. Das ist aber ziemlich unhöflich, genau so unhöflich, wie sich ungefragt an eine Tee-Tafel zu setzen. Und sie bitschen sich so an und rätseln sich an. Der Hutmacher sagt nämlich, was hat ein Rabe und ein Schreibtisch gemeinsam? Äh, ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Och komm, du verschwendest die Zeit. Nein, der Zeit verschwendet uns und macht, was er will. Und deshalb habt ihr hier immer Tee-Time? Genau, verrücken. Und sie verrücken um einen Platz und haben so eine saubere Tasse, also zumindest der Hutmacher. Und, ups. Und der Merzhase erzählt eine Geschichte. Es waren einmal drei Schwestern, die lebten auf dem Grunde eines Sirup-Brunnens und malten immer nur Dinge mit hmm. Misteln, Musiker, Multikulti. Wieso mit hmm? Wieso nicht? Mächtigen Multikulti-Marmor. Hast du sowas schon mal gesehen? Äh, nein? Dann halt die Klappe. Diese Unhöflichkeit ist zu viel für Alice und sie verlässt die Tee-Gesellschaft und gelangt in den Garten der Königin, wo sie an einen Rosenstrauch kommt, wo weiße Rosen drauf sind und zwei Spielkarten-Soldaten damit beschäftigt sind, die rot anzumalen. Schnell, wir müssen uns beeilen, nicht, dass die Königin uns... Aber da kommt die Königin und sagt, was ist hier los? Und die so, schluck Kopf ab! Und die so, nein! Werden verhaftet. Und dann wendet sie sich an Alice und sagt, wer bist du denn? Äh, ich bin Alice, äh, euer Majestät. Kannst du Kroket spielen? Äh, ja? Dann los! Das Kroket-Spiel im Garten der Königin ist allerdings ein ganz besonderes. Statt mit Schlägern wird mit Flamingos gespielt und statt mit Bällen mit Igeln. Leider hatten wir keine Playmobil-Igel, deswegen werden die von verkleideten Hasen gespielt hier. Außerdem sind die Tore Spielkartenfiguren, die natürlich ständig beschäftigt sind, weil die Königin immer Kopf ab! Und dann ist sie weg. Und die Flamingos entwickeln natürlich auch ein ziemliches Eigenleben und auch die Igel haben keine Lust, besonders gestoßen zu werden. Äh, dann kommt die Grinsekatze dazu und sagt, na, wie findest du das Ganze? Also, ich weiß nicht, das mit diesem Kopf ab. Du, keine Bange, die haben hier noch nie jemanden hingerichtet. Da kommt der Herzkönig dazu und sagt, ih, ne Katze! Schatz, komm mal her! Dann kommt die Königin und sagt, was sie immer sagt, nämlich Kopf ab! Und die Katze wird verhaftet, also sie tun jedenfalls so. Dann kommt der Henker und sagt, also, es tut mir leid, denn die Katze ist wieder am verschwinden und nur der Kopf ist noch übrig. Ich weiß wirklich nicht, wie ich jetzt hier den Kopf vom Körper trennen soll. Und Alice sagt, fragen wir doch mal die Herzogin, der gehört die Katze ja. Die ist im Knast, hol sie! Okay, aber als die Herzogin da ist, ist die Grinsekatze schon wieder verschwunden und damit auch das Interesse der anderen. Und die sagt, Alice, ich bin so froh, dich wiederzusehen! Ah, die Königin! Und verschwindet. Und die Königin so, hast du eigentlich schon unseren Schildkröten-Suppe-Richt gesehen? Und Alice so, nein! Und sie geht zum Schildkröten-Suppe-Richt, der mit seinem Kumpel, einem Greifen, rumhängt. Und das war früher eine Schildkröte, sieht auch noch ein bisschen so aus. Und die fragen so, kennst du das Hummerballett? Und sie so, nein. Und sie erzählen ihr alles über das Hummerballett. Das ist wie Hummerwerfen, nur mit Musik. Nein, nicht Hummerwerfen! Und du so? Und sie erzählt ihnen die Abenteuer, die sie erlebt hat bisher. Ah, die Fanfare! Der Prozess geht los! Denn am Hofe der Königin geht jetzt ein Prozess gegen den Herzbuben los, weil der geklaut hat. Das ist der Herzbube hier. Und das weiße Kaninchen macht den Herold und sagt, Die Königin hat Muffins gemacht und dieser hat sie weggeschafft, also geklaut. Geschworene, fällt euer Urteil! Kopf ab! Nein, wir müssen erst noch die Zeugen verhören. Und der König so, na gut, aber dann Kopf ab. Der erste Zeuge ist der verrückte Hutmacher. Und er sagt, ich bin ein armer Mann und Toast ist teuer und der Tee trübe. Was ist trübe? Na, 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 der Tee. Alles fängt mit dem Tee an. Natürlich fängt trübe mit dem Tee an. Und der Merzhase hat gesagt, hab ich nicht. Hast du wohl? Hab ich nicht. Dummerweise fängt Alice jetzt wieder an zu wachsen, zerstört den Geschworenen, Stand und der König so, alle über eine Meile groß müssen hier verschwinden. Ich bin überhaupt nicht über eine Meile groß, sagt Alice. Und die Königin, doch, sogar zwei. Und alles endet im Chaos. Ja, sie versuchen noch den Herzbuben zu überführen. Dann stürzen sich die Spielkarten auf sie. Und Alice wacht im Schoß ihrer Schwester auf und sagt, Boah, ich hab so einen absurden Traum gehabt. Und Alice erzählt ihr von dem Traum. Und die Schwester schaut sie an und stellt sich vor, wie Alice wohl als Erwachsene sein wird. Aber wer weiß, vielleicht hat sie ja Glück und wird überhaupt nicht erwachsen. Und das, liebe Gemeinde, war Alice im Wunderland von Lewis Carroll. Vielen Dank.